Uuuuh, Stage 3, das erste Game ist Blocktroy 2. Ich hab schon... Ach, jetzt hab ich schon wieder die Anmoderation verkackt, egal. Ähm, ich hab schon viel von der dritten Stage fertig mit den Videos und allem. Aber die Aufnahme von dem Spiel hat mir nicht gefallen. Also hab ich sie gelöscht und wollte sie irgendwann noch mal machen. Und das ist jetzt... Das heißt, die Videos, die danach kommen, die Stay... die... die... Games... ...sind mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate alt. Aber das hier versuche ich dann irgendwann zeitnah aufzunehmen. Ja, ich hab schon geschafft. Ähm... Mach ich einfach noch mal. Gut. Dementsprechend ist auch... Es wäre eine ganze Weile her, dass ich das gespielt habe. Aber ich weiß nicht, ich hatte irgendwie einen schlechten Tag. Ich war die ganze Zeit pissig drauf. Und das wollte ich jetzt auch nicht. Also spiele ich es halt noch mal. Aber ich denke mal, das Spiel kann man sich schon mal geben. Das wäre jetzt das vierte Mal, dass ich es durchgespielt habe. Glaube ich. Ne, ich glaub ich hab noch ein paar Mal mehr gespielt. Schon ganz cool. Ich krieg jetzt halt nur die Achievements nicht mehr. Aber ich schätze mal, es gibt Schlimmeres. Ich hab mal spaßig selber geguckt, was da noch alles in der Stage kommt. Yo. Da kommt noch so richtig kranker... Scheiß. Da freu ich mich auch schon drauf. Aber jetzt sind wir ja noch hier im Loop-Modus. Ist der Sound okay? Ich glaub der Sound da passt. Ist bei mir nur ein bisschen laut. Gut. Groß Neues. Die Aufnahme ist jetzt hier vom, ähm... Äh... Zweiten Januar. Wann die Aufnahme von dem zweiten Game in Stage 3 ist, weiß ich gar nicht mehr. Aber das werde ich dann einfach, äh... Unten in der Beschreibung einfügen. Ich seh's ja in der Aufnahme. Ich seh's ja in der Aufnahme. Ach ja, die Viecher, ne? Mach doch! Kollege... Achso, ich muss ihn berühren. Egal. Schon geil, so? Kommen wir auch noch. Haben wir nicht so einen Scheiß-Cycle? Ich kann ihn ja... Oh, ich habe ihn erwischt. Ach. Ja, aber das gefällt mir schon mal viel besser. Ich weiß nicht. Die Aufnahme habe ich mittlerweile auch gar nicht mehr. Aber... Ja. Da war ich von alles und jeden angefressen. Oh, so habe ich es einfach gelöst. Ich habe ein bisschen gewartet. Das ist nicht komplett, ähm... Dass ich halt eben wenigstens noch ein bisschen blind in die Sache reingehe. Und... Jetzt reg ich mich aber auch wieder auf. Meine Fresse! Diese ganzen Noob-Deads. Ich fasse es nicht. Ich mache jetzt hier fertig. Auf dem Ding stand, dass ich ungefähr eine Dreiviertelstunde gebraucht habe, um das durchzuspüren. Mal schauen, wie lange ich jetzt diesmal brauche. Bestimmt gleich. Ja, bestimmt werden es diesmal zwei, drei Stunden auf jeden Fall. Ist doch safe irgendwie möglich. Ne, ist es nicht. Der hat das schon so gemacht, dass du das erstmal auf jeden Fall nicht hinkommst. So, komm�� und fiech! Die ganze Zeit, sah ich perfekt! Nice. Mach es, jawohl! Oh mein Gott, du hast es geschafft! Ja, noch nicht. Jetzt hast du es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, du kriegst den Keks von mir! Der springt jetzt so hässlich hoch, oder? Nein, der ist ein Sack! Wie hoch springt der? Oh, das ist voll machbar. Das ist ein bisschen lame, okay. Der hätte jetzt auch komplett anders stehen können und mich sofort irgendwie... Oh, Miniboss! Die Karotte! Ja, der Boss ist cool. Ach Gott! Bei der Carrot gestorben, Alter. Oh, du Viech! Ich schwör, ich schwör es aber aus dem Spiel. Hält doch eigentlich ganz schön viel aus. Was? Oh Gott! Was ist das denn für'n Shit? Ach du Fickviech! Warte mal. Kann ich noch ein bisschen Anfang Schaden machen, ja. Oh, der nimmt keinen Schaden. Der hat da gar nicht keinen Schaden mehr. Das ist... Na gut. Das ist doch schwer, ihn zu treffen teilweise. Das ist doch schwer, ihn zu treffen teilweise. Habe ich mir Schaden gemacht? Ja, jetzt auf jeden Fall. Ah! Ja, du Schleck-Milch! Schon ein bisschen süß denn, äh... ... ... ... ... ... Jeff! Lange war ich doch noch nie stuck bei dem! Geht doch! Mit der Fresse! Was war denn jetzt da das Problem? Sehr schön! Finally! Äh... Da lang! Oh! Dich wegschlagen! Dich wegschlagen! Sehr schön! Oh, die Geister, ne? Die Geister! Jesus! Komm, lass mich da durch! Die Musik ist von wo? Vier Leben haben die. Und dann? Nice! Spieß... Gar nicht mal so mega einfach! Ich geh immer so ein bisschen auf Nummer sicher! Lieber bin ich ne Pussy, als dass ich sterbe! Und da hast du mal so mega raus! Neee! Okay! Ja! Lame! Juhu! Und du gehst auch noch drauf! Es läuft doch. Es läuft doch was rein hier. Alles geil. Ach Gott. Das hat er wahrscheinlich bestimmt extra so gemacht, dass du ihn eh nicht treffen kannst. Zweimal. Oder? Ne. Dafür sind seine I-Frames zu lang. Das war sehr riskant jetzt gerade. Aber hat funktioniert. Hat funktioniert. Da bin ich auch jetzt fast in den Spike reingefallen. Da am Ende. Kleine Bohnenviecher, ey. Ah, leck mich. Kleine Kröte. Geht das so? Das geht so. Das finde ich nett, dass es die Ceilings gibt. Muss ich da rein? Ja. Kriege ich ein Auto-Safe? Hoffentlich. Die fette Blume. Ich höre auch so ein bisschen geistesgestalt aus, ne? Aaaaaah. Oh, ja. was sind das jetzt samen joha damit kein problem die korte schwerer was jetzt nach rechts oder unter rechts wie ich ich hab drei leben wie ich lasse mir nur ist das wasser kann ich da ein doppelt machen ja kann ich kann ich ja nicht wissen da gibt ja solche und solche aber er ist schon eine gut wie der macht schon corner wo sind wir mal die big boys hier dreck aber das geht war der korder ich glaube ich sehe wochen nicht warum ich schon gefressen war ich weiß nicht ob ich die extra stage machen soll das ist in der quest nicht um mich nicht so gesagt wie viel vom spiel eigentlich jetzt machen soll ob ich extra machen muss oder nicht jetzt bin ich sauer das hätte nicht sein müssen ok spiel ich lasse ich schon in ruhe das spiel nicht dass ich den corner mache deswegen bin ich da hinten gestorben sag mal was spiel ich jetzt für eine scheiße zu sagen jetzt komm schon als ob das ist das wo ich jetzt hier hängen bleibe ich da bis siehst du krieg ich dreckste ja der fisch war hier als boss der große davor war die spinne und ich bin über cool Ah, du! Ich will, dass das Vieh stirbt. Nice. Ich habe gedacht, das wäre Wasser. Oh mein Gott. Wie ist du Blödes? So, diesmal richtig. Perfekt. Gut, da ist die Spinne. Spooder. Die ist cool. Hat sehr lange I-Frames. Die ist cool. Ich mag sie. Müsst ihr ja nicht Black kommen. Ah, da ist es. Aber die große nicht, ne? Aber die kleinen, ja, ja. Wie machen denn? Machst du das mal ein bisschen zu häufig, mein Freund. Komm schon, gleich tot. Ah. Kaputt, Mann. Kaputt, Mann. Weiter geht's. Die Musik ist halt auch ein Banger. Ah, mein Freund. Oh. Ich erinnere mich. 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 Ich lausche gerade so ein bisschen der Mucke. Ich bin noch ein bisschen konzentriert. Das Ganze wird hier nämlich gar nicht mal so einfach. Ich erinnere mich. Oh Gott! Nein! Geil! Gott, jetzt muss ich dir alle babysitten. Dreck, ich hab' verkackt. Hä? Oh shit! Das war ganz schön knapp. Weiß ich, ob das jetzt so richtig war, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Musik ist so geil, man! Castle Crashers? Ich glaube Castle Crashers. Ist auch ein Spiel, das ich nie durchgespielt habe. Irgendwo in so einer Eislandschaft war ich da, aber das habe ich auch gehört. Ist aber auch schon Jahre her. Was soll ich jetzt machen? Soll ich... Ach du Scheiße. Okay, ist schon schwerer hier. Aber aus Kampf geschafft! Wee! Ah, der hat keine Iframes. Der hat gefühlt keine. Aber viele Leben. Fick dich! Fettfisch? Oh, die gucken, ich kann hier abknallen. Muss erst mal rausfinden, was der Typ eigentlich so alles macht. Okay, die kann ich jetzt auch nicht abknallen. Ah! Na, der Boss ist schon ein bisschen schwerer als die anderen. Weil ist er schwerer als die Karotte. Wenn ich jetzt schaffe, dann ist es nämlich nicht. Er dauert nur ein bisschen länger. Da kannst du mal mit dem Quatsch aufhören. Dankeschön, mein Gott! Wirst du nicht noch irgendwann total schneller? Ich wollte es gerade sagen. Und resistenter. Der Boss ist doch schwerer. Holy Shit! Ich fasse es nicht. Wir sind das Schwere, das stärker ist als die Karotte. Jesus! Das ist jetzt meine Vorstellungskraft. Es ist Fisch. Aber Fisch. Aber Fisch. Hahaha. Das Spiel habe ich geförstet, ne? Ich glaube, der habe ich auch noch nie verkackt. Ach! Ja, ich erinnere mich, dass der Boss... ...relativ schwer war. Ey, komm, das ist unfair. Außerdem bin ich von der Plattform abgerutscht. Hast du ja gut Schaden gemacht. Aber der hat viele Leben. Das ist das Problem an der Sache. Der hält ein bisschen viel aus. Ach du, ihr Dreckskanister. Jetzt muss das aber was werden. Dann. Die Zeichnung da oben. Ah, schön. Fisch. Fisch! 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 So, letzte Stage. Na, das mache ich später. Da mache ich jetzt kurz Pause. Bis gleich. Das wird vielleicht nur ein paar Sekunden sein. Soll ich die Aufnahme pausieren? Oder soll ich... Ich bin ja weiter weg. Ich mache einfach. Bis dann. So, dann machen wir mal weiter. Vollgefressen. In die letzte Stage. Ah ja, genau. Den kann ich nicht umbringen. Gut. Ein bisschen Pause gemacht. Und ja. Jetzt bin ich so... Weißt du, ich hatte jetzt gut Essen. Jetzt ist so kommentierend bisschen... Nebensächlich. Oh shit, Alter. Ich hatte von dem Ding da oben Schiss. Und er so. Ja, hallo. Hallo Kitty. Ist du irgendwie gerade eben dumm geworden? Oder sowas? Junge, wo ist das scheiß Problem? Ich mache mir aber die Scheiße da. Was geht mit dir? Dankeschön. Och, dann machst du das nicht. Okay. Ich... Ich will hier heute noch fertig werden. Och, jetzt habe ich an ihm geschossen. Er hat nichts gemacht. Oh, warte. Kann ich die umbringen? Ja, kann ich. Krase shit, du. Das wäre besser, wenn ich den auch umbringen würde. Aber ich musste die sogar alle umbringen. Das war der Block da. Ich habe gedacht, hier wäre irgendwo ein Trigger. Nee, ich muss einfach nur alle Gegner umbringen. Also jetzt ist es falsch. Was kommt? Das Ding. Ah ja. Ah ja. Der Boss, Alter. Ist das im Hintergrund das? Noch von dem Flüchen ist das da noch. Kann ich nicht nochmal angehalten. Ver... Ver... Verfolgt er mich dann oder sowas? Ach komm, willst du mich jetzt eigentlich irgendwie hier komplett verarschen oder sowas? Nee, treffen kann ich ihn dann nimmer. Aber jetzt... Das war ein Miniboss, by the way. Das war ein bisschen... Ähm, ja. Hang on. Halbwarte mal. Auszeit. Ich gehe dir doch dann lieber da hin. Ja, ja, komm. Schnauze. Ach komm, leck mich. Ach, leck mich. Keine Drecksflücher. Was habe ich denn eigentlich gemacht? Warum hassen die mich so? Okay, ich bring das Viech da unten zuerst um. Kleines, beschissenes, so weg. Bringt mich das jetzt auf hier. Meine Fresse. Ständig bringt mich eigentlich immer nur dieses blöde Ding um. Wenn ich immer ausweichen muss, dann spring ich in irgendwas anderes rein. Drecksflücher. Oh no. Ach, deine Mama. Oh, guck. Okay. Oh no. Ha! Oh, das ist ja assi. Das ist ja assi, Alter. Oh, da ist Ende. Da ist Ende. Wee! Jetzt muss ich nur noch hier durch. Der Final Boss von dem Game ist ziemlich nice. Ah! Musik ist auch so ein bisschen Blub Aus Super Metroid, glaube ich Okay, ich verstehe Einfach so da hier verstecken Dann kommen die Kugeln da nicht her Okay, alles klar, der ist einfach Oh, das ist ein bisschen, äh, ja Da war ich zu gering Dann halt nochmal Aber diesmal, aber diesmal richtig Okay, mach deinen Scheiß Dauert zwar ein bisschen, aber wenigstens besiege ich ihn dann Wie gesagt, lieber bin ich mit Pussy, als dass ich hier draufgehe Also es geht doch, da ist er schon weg So, Boss Werf dich! Warte kaputt Musik Das ist der Final Boss aus dem ersten Teil Versuchen wir es machen Ne, einfach nur warten Ah, hu hu Drecks wie ich Alter Ja, ey Was soll die Scheiße? Was machst du mit mir? Ich will nicht auf der rechten Seite sein Irgendwie ein bisschen Das gefällt mir nicht Was jetzt, Alter? Ach, der macht das random, was er macht Gott, hör doch auf, da von der Seite Was soll denn die Kacke? Lass mich doch in Ruhe, Alter Hau, hör doch mit der Boah, ein blödes Drecksvieh Tschüss Der hat unnormal viel Leben, ey Wie oft will er das denn machen? Nee Wie hast du es? Das ist die Scheiße Kann er nur die zwei Sachen machen oder etwas? Ja Oh, nee Oh, du verficktes Nee, komm Oh, nee Das wäre so geil geworden Nein Natürlich nicht, ne? Was war das denn von mir? Der Choke des Jahrhunderts Immer ich Silly Choke, Alter Nicht Silly noch Was ist das jetzt für ein Bullshit? Das war's Das ist einfach das leichteste Mit Abstand von allen Was soll das? Du kannst aber draufgehen hier Normalerweise First-Try ich Eriks Bosse immer Das ist auch Mega einfach Aber man könnte eine hessige Transition haben Ja, das ist unnormal viel Leben Der macht das jetzt fünfmal Fünfmal Leck mich Nee, sechsmal so, oder? Kann ich zählen? Das heißt, das zweite Mal Dreimal Der macht das noch zweimal, Alter Also jetzt nochmal Und dann nochmal zweimal Was geht mit diesem Boss ab? Oh, Gott So hässige Transitions geben, ey Ist das widerlich Macht der mit jem Schlag Eine andere Attacke, oder was? Nee Boah, nee Nee, nicht das Das ist Was ist das? Hässliches Das ist bei weitem das schwerste Und die Randomness, die hier gibt Ich kriege auch diese Bauchschmerzen von Einmal noch Was machst du? Oh, da habe ich auch schon das vor Ja, mach Mach jetzt einfach gar nichts Mach einfach Gar nichts Ich habe ihn Oh, Gott Oh, das ist knapp, Alter Oh, du Scheiße Oh, dieser Bus, Alter Oh, der ist so krass schwer, Junge Ich komme gar nicht mehr drauf klar Oh, shit Aber ich glaube, die zweite Phase war viel leichter War viel leichter als die erste Oh, hu Oh, die I-Frames, die du hast, ey Ein bisschen unnötig, mein Freund Das ist scheiße, okay Hä? Nix Jetzt kommen doch mal alle Bosse, oder was? Oh, Gott Kann ich jetzt Tage und Monate dranhängen, ey Oh, die I-Frames Hat einfach zwölf Milliarden Millionen I-Frames Hör auf damit Das ist lame Okay, die Blume ist Momentan eigentlich schon ziemlich schwer Das hier geht Ist nur ein bisschen Das ist schwer Oh, ich habe ihn getroffen Oh, Gott Was ist das jetzt? Hör, die Spinne Ich glaube, da kann ich nichts machen Da muss ich, glaube ich, einfach nur warten Ja, sieht mir so aus Machen wir was anderes Was kommt jetzt? Der Fisch Der scheiß Fisch Ich muss da in der Mitte bleiben Boah, nee Und da habe ich jetzt richtig gesehen Dass er, dass er, dass er, dass, 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 dass ich ihn dabei auch noch angreifen muss Das ist ein bisschen Ach, seh du Ich finde es auch schön, dass das Exclamation Mark da Eigentlich nicht mehr eine Sekunde vorher da ist Bevor eigentlich der eigentliche Boss da ist Herzlichen Dank dafür Okay, das heißt, ich habe scheiße gelabert Die zweite Phase ist viel schwerer als die erste Und ich hatte einfach nur Glück Oder war das der erste Teil? Ich glaube, das war der erste Teil Wo ich mit dem Final Boss gar keine Probleme hatte Ich glaube, der hat mich schon ein bisschen auseinandergenommen Als ich das die ersten paar Male gespielt habe Aber es gab noch einen Boss, den ich geförstet habe Ich glaube, das war End by Growth War das der? Das war dieser Kreis da War das End by Growth? Boah, ich weiß nicht Ich muss irgendwas machen Oder einfach nur ausweichen Nee, ich muss ausweichen Okay, das geht Okay, das geht Was jetzt? Das bin ich Weit überschaubar Oh, jetzt kommt der Kill Oder? Ja, ich muss einfach nur ausweichen Ich habe ihn Geht rauf! Geiler Boss Jetzt muss ich nur noch hier weg Und dann bin ich hier fertig mit der Geschichte Ich habe gedacht Ich hatte eigentlich damit gar nicht, dass das hier länger dauern würde Besonders hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass ich Dass ich das geförstet hätte, wo er so groß wird Ich habe gedacht, ich würde dann mindestens einmal sterben Wegen der Randomness Aber ich habe es geförstet, Baby Das ist unbedingt cool Der ist kein Save, oder? Ah, natürlich nicht Nium 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 If L Sandy isa Ich mach hier gerade riskante Sachen, ey. Ich bin durch. Ich bin durch. Hahaha. I wanna be the blocktroy 2. Fertig. Oh, bye. Wir sehen uns dann wieder bei blocktroy 3, ne. Oh. Nice. It cooked up in these. Pretty. Haha. Bye. 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 Das war ein schönes Spiel. Mit einem geilen Abschluss. Ein sehr nicer Bosskampf. Sehr, sehr nice, dass ich gleich ein Schüttel hier gemacht habe. Es ist besser, dass wir in der Teleporter-Rolle kommen. Ich drücke Backspace und das ist bis zum nächsten Mal. Extra Stage, soll ich das jetzt noch machen? Ich bin keine Pussy! Aber ich glaube, ich habe hier geraged quittet. Ich habe das am Stück gespielt und ich war dann irgendwann so angefressen, dass ich keinen Bock mehr habe und ich habe einfach geraged quittet. Aber jetzt mache ich das fertig. Ja, ich glaube, der hat mich übelst aufgeregt, weil der an der Stelle ist, die einfach so gottlos ist. Da kannst du doch eigentlich nur getroffen werden. Dass ich da jetzt gerade eben nicht gestorben bin, ist auch ein Weltwunder. Ja, jetzt muss ich sowieso zurück, Alter. Alter, Eric! Es geht nicht mal klar, was du hier gemacht hast. Vielleicht mache ich das auch irgendwie komplett falsch. Egal, ich habe es, ich habe es geschafft. Ich bin schon mal weitergekommen. Hier, das kann ich auch einfach hier so machen. Die Musik ist auch ein bisschen leiser, aber das... Das sieht... Sieht ein bisschen lame aus. Ich muss da hin. Ach du Scheiße! Ach du Dreck, du! Holy Shit! Es ist krass schwer hier eigentlich. Boah, die roten Bälle auf Doom, ne? Ach ja. Ich muss alle Gegner killen. Ach, da ist eine Wand. Oh mein Gott. Ich wollte da... Ach... Ich wollte einfach nur da hinspringen zum Spaß. Und was... Was kriege ich? Ich kriege einfach Tod. Ich kriege einfach Tod. Ach, leck mich! Der rote Rexball! Ach! Hätte ja sein können. Hier gab es auch einen Extra-Boss, ne? Lieber schnell weg hier. Ich glaube, soweit war ich gar nicht. Ich glaube, ich habe schon im Ding davor aufgehört, weil ich absolut keinen Bock mehr hatte. Da gehe ich lieber in die andere Richtung. Der Engel ist mir gerade eben ein bisschen zu... Äh, ne. Lass mal. Ich sehe, was ich tun muss. Ach, Scheiße! Was geht denn da ab? Das ist ja alles voller Viecher. Und wie soll ich da jetzt genau zurückkommen? Oh, du Fickviech! Du Fickviech! Du Fickviech! Ach, du Dreckschwein! Lass mich jetzt da durch hier, Junge! Ich habe zu tun! Geht doch! Muss ich nur voll nicht zureden! Das geht doch nicht! Geht das? Hä, wie soll ich da wieder hochkommen? Ich muss doch den Scheiß... ...Drecks... ...Geschissenes... ...Fisch doch muss ich doch irgendwie da! Ah! Ah, das geht! Okay. Aha! Lava! Hülle! Ich glaube, ich bin ja gleich fertig! Oh, ich habe es geschafft! Jetzt kommt extra Boss... ...Gate! Oh! Was bist du? Okay, du... Wollen sie einfach Gegner? Hey, komm! Die Kugel hat... ...hat... 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 ...hat man nicht sehen können! Die Kugel hat man nicht sehen können, Eric! Der Boss ist scheiße! Du siehst die Kugel nicht! Der ist voll scheiße, ey! Der ist voll scheiße, ey! So, ich spring da hoch und dann kommt da einfach so eine random Kugel aus dem rausgeschossen! So in der Kack! Wie soll... Wie soll... Wie soll ich so arbeiten können? Umregen! Wie soll ich da weggehen? Ich bin zu weit weg, das Blatt kommt nicht... Ah! Die Dinger! Ich mag die nicht! Ah, nein! Wichtig! Wichtig! Nee! Auf die hab ich gar keinen Nerv! Oh, er ist da! Jetzt gibt's auf die Schnauze! Oh, er ist da! Oh! Ahaha! Habe ihn besiegt. Yay. Voll geil. Miniboss 3 ist es nicht. Ja, aber ich muss zuerst für den hinkommen. Die erste Zeit war cool. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Und ich habe kurzer, weniger Zeit gebraucht als zuvor. Ich verbessere mich. Gut, das wäre dann damit das, ne? Gut, und die nächsten Videos, die kommen, sind älter als das hier. Also, ja. Nicht wundern.